Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Technik-Rentsch. Und ja, ich bin mal wieder ein Solist, denn der Kollege Morawitz, der ist unterwegs auf einer Drehreise. So eine Kombination aus Filme machen und gleichzeitig Jugendlichen beibringen, wie man mit Kamera, Schnittsystem und Co. umgeht. Da ist er jetzt eine ganze Weile mit beschäftigt. Das Ganze ist auch nicht in Deutschland, aber dazu wird er dann später, wenn er wieder da ist, mehr erzählen. Insofern, diese Technik-Rentsch müssen Sie mal wieder mit mir alleine vorlieb nehmen. Und unser zentrales Thema ist das, was ich Ihnen schon ganz lange versprochen habe, nämlich einen kleinen Blick auf die IFA, die schon wirklich eine ganze Weile zurückliegt. Schwerpunktthema dabei, Fernseher, was hat sich da getan? Viel Spaß! Gucke! Aber sofort! Ja, krankheitsbedingt kommt das etwas später, das, was ich versprochen hatte, nämlich den Rückblick auf die IFA. Und das zentrale Thema dieser, naja, nicht mehr so ganz Funkausstellung aus Berlin sind nach wie vor natürlich die Fernseher. Daneben gab es natürlich auch wieder die berühmte weiße Ware, also Kühlschränke und Konsorten, aber mal ehrlich gesagt eine vernetzte Kaffeemaschine. Vernetzter Herd finde ich jetzt nicht so besonders spannend. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich picke mal das Thema raus, das sicherlich die meisten, wir bewegen uns ja irgendwo Richtung Weihnachten, die meisten doch am ehesten interessieren wird heraus, nämlich das Thema, was tut sich eigentlich rund um die Glotze, um den Fernseher. Im letzten Jahr war es das große Stichwort 4K, also sehr hohe Auflösung, kennt man aus dem Kino, Cinema 4K, 4096 mal 2160 Bildpunkte. Das Ganze runtergedampft auf den Fernseher ist dann natürlich ein bisschen weniger, nennt sich Ultra HD, 3840 mal 2160 Bildpunkte. Nochmal zur Erinnerung, was wir davor hatten, war im Prinzip maximal Full HD, also 1920 mal 1080 Bildpunkte, wahlweise interlaced, also mit Halbbildern oder eben Progressive mit ganzen Vollbildern, das, was man üblicherweise heute auch verwendet. Ja, da tat sich im letzten Jahr etwas Richtung 4K. Was ist dieses Jahr passiert? Nun, die Technik entwickelt sich immer weiter und das neue Schlagwort heißt jetzt HDR, High Dynamic Range. Was dahinter steht, ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, die, wenn man mal ganz ehrlich ist, von dem, was wir tatsächlich mit unseren Augen sehen, sehr viel mehr Effekt ausmacht, als der Umstieg von Full HD auf 4K. Ja, aber natürlich, wie immer, gibt es beides nur zusammen. Es gibt leider niemand, der sagt, er macht jetzt normale Full HD Filme, aber mit HDR, also mit höherem Dynamikumfang. Das ist etwas, was wir tatsächlich mit unserem Auge sehen. Ich blende das mal da hinten am Rande ein. Wenn man sich mal anguckt, was für einen Dynamikumfang das Auge eigentlich wahrnehmen kann und was für einen Dynamikumfang eigentlich in unserer Umwelt vorhanden ist, dann ist das ganz erstaunlich. Was die Fernseher bisher darstellen können, ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Bereich. Und diese Kontraste, die gehen halt wirklich sehr weit runter. Gemeint ist hier im Wesentlichen der Helligkeitsunterschied. Wenn man diese Zahlen sich dann anguckt, dann bezieht sich das immer auf den Helligkeitsunterschied innerhalb eines Bildes. Also das, was der Fernseher innerhalb des Bildes darstellen kann. Und da hat man mit HDR nun einen tatsächlich sehr viel höheren Dynamikumfang, wie man so schön sagt. Das heißt, man kann viel mehr Hell- und Dunkelflächen unterscheiden. Das ist bei Fernsehern bisher immer ein großes Problem gewesen. Um das mit HDR hinzukriegen, muss man ganz gut tricksen, je nachdem, was für eine Technik man im Fernseher verwendet. Bei den klassischen LCD-Fernsehern ist es halt so, dass dort ja die Helligkeit durch die Hintergrundbeleuchtung gemacht wird. Die einfachste Variante war, ich habe eine Hintergrundbeleuchtung, die quasi von den Seiten her beschienen wird. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich innerhalb dieser Beleuchtung Unterschiede darstellen will, beispielsweise eine helle Laterne vor einem schwarzen Nachthimmel, damit das jetzt richtig schön dunkel auf der einen Seite, nämlich da, wo Nacht ist, und schön hell, da, wo die Laterne ist. Damit das einigermaßen wird, müsste ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Bereich, wo die Laterne ist, heller ist und der Rest eben weniger stark beleuchtet wird durch die Hintergrundbeleuchtung. Das geht aber mit diesen seitlich angebrachten Hintergrundbeleuchtungen nur sehr, sehr schwierig. Darum gibt es auch noch eine andere Technik. Das sind quasi Flächen innerhalb des Displays. Da gibt es also ganz unterschiedliche Techniken, die bis hin zu 4.000, 5.000 einzeln ansteuerbaren Flächen gehen. Da habe ich dann natürlich die Möglichkeit, da kann ich diese einzelne Fläche richtig hell machen und die direkt daneben richtig dunkel, sprich die Hintergrundbeleuchtung, ausschalten. Und dann hätte ich quasi das optimalen Kontrastverhältnis. Nachteil dieser Technik ist natürlich, der Spaß ist teuer. So eine Beleuchtung an der Seite, wo ich die einzelnen Zonen ansteuern kann und deshalb natürlich auch immer ein gewisses Überblenden auf die anderen Bereiche habe, das kriege ich sehr günstig hin. Das kann ich erstens günstig ansteuern, weil nicht so viele Elemente anzusteuern sind. Und zweitens ist es natürlich auch von der Fertigung sehr viel günstiger, als wenn ich quasi direkt pro Bildsegment eine einzelne LED habe, die ich ansteuern kann. Deshalb kriegt man diese richtig schöne Variante von LDR mit sehr großem Kontrastumfang und wenig Überstrahlen eben auch nur in der Oberklasse der Fernseher. Nichtsdestotrotz haben es die Hersteller geschafft, also auch mit den seitlich beleuchteten Systemen das so hinzukriegen, dass sie zumindest innerhalb des Standards sind. Bei OLED-Fernsehern habe ich eine andere Problematik. Dort habe ich natürlich nicht das Problem, dass ich einzelne Bildpunkte von hinten beleuchten muss, sondern die OLEDs leuchten ja von selber. Das heißt, wenn ich die ausmache, ist es einfach dunkel. Auf der anderen Seite leuchten sie aber nicht so hell. Deshalb habe ich bei einem OLED-Display immer ein sehr, sehr schönes Schwarz, aber es wirkt, wenn das Bild sehr hell ist, also typischerweise irgendwelche Aufnahmen draußen mit strahlendem Sonnenschein, dann wirkt es etwas weniger brillant, etwas flacher, etwas matter als ein klassischer LCD-Fernseher. Das ist so mal grundsätzlich zur Technik. Grundsätzlich diese neue HDR-Version kann man mit beiden Fernsehtechniken hinkriegen, muss dann aber entsprechend darauf achten, dass die Fernseher auch die jeweilige Norm unterstützen. Denn wie immer, wenn sich so etwas Neues durchschnittst, gibt es mal wieder zwei Normen. Es gibt auf der einen Seite das sogenannte HDR10. Das ist eine Definition, die mit 10-Bit-Farbtiefe arbeitet. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann gibt es einen konkurrierenden Standard, der nennt sich Dolby Vision. Der arbeitet mit 12-Bit-Farbtiefe und hat insgesamt etwas höhere Anforderungen an die Geräte. Es gibt einige wenige Geräte am Markt, die beide Standards unterstützen. Im Moment recht weit verbreitet ist HDR10, auch von dem Material her, was man tatsächlich bekommt. Also beim Fernseherkauf auf diese Geschichte nochmal explizit achten. Ich habe ja gesagt, auf das Thema Farbe, Farbtiefe kommen wir auch nochmal. Wenn man sich mal anguckt, was für einen Farbraum der Mensch eigentlich sehen kann, was so um uns herum ist, dann merkt man, dass man mit diesem typischen Farbraum, den wir heute bei den Fernsehern haben, das nennt sich dann REC 710. Das ist nur ein ganz kleines Dreieck in diesem Farbraum. Dann gibt es einen etwas größeren Farbraum. Das ist das DCI-P3. Das ist das, was sich diese HDR-Systeme darstellen können, können müssen, um eben das entsprechende Logo zu bekommen. Da habe ich dann schon mal sehr viel mehr Farben drin. Nochmal so ein Vergleich. Die Standardfernseher können etwa 30% der Farben darstellen, die wir mit unserem Auge sehen können. Dieser erweiterte Farbraum, da schafften wir es. Das sind immerhin 45% der Farben und Farbunterschiede, die wir mit unserem Auge wahrnehmen können. Und es gibt jetzt noch einen weiteren Farbraum, BT 2020. Der deckt 70% der Farben ab, die unser Auge wahrnehmen kann. Aber im Moment gibt es keinen einzigen Fernseher, kein einziges Display, was in der Lage wäre, diesen Farbraum überhaupt darzustellen. Das heißt, da sind wir schon mal immer noch nicht auf dem, was unser Auge kann. Aber wir kommen der Sache schon immer näher. Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema, wie ist das eigentlich mit dem Fernsehkauf? Worauf muss ich achten? Nun, die erste Entscheidung, die ich da natürlich zu treffen habe, ist die Frage, wie groß sollte eigentlich das Display sein? Und da gibt es ein paar ganz natürliche Grenzen, die ich im Auge behalten sollte. Und zwar hat das etwas mit dem typischen Sitzabstand zu tun, mit dem ich mich vor meinem Fernseher bewege. Ist ganz klar, ich habe zwei Probleme. Das eine ist, ich möchte natürlich nicht die Pixel sehen, die auf meinem Schirm sind. Das heißt, ich darf nicht zu dicht an den Fernseher rankommen. Je größer die Pixel sind, und sie werden natürlich je größer, je nachdem, wie groß der Fernseher wird und wie viele Pixel drauf sind. Wenn ich erstmal so dicht dran bin, dass ich die Pixel sehe, dann habe ich was falsch gemacht. Dann gibt es aber noch eine zweite Grenze. Und zwar hat das etwas damit zu tun, dass unser Blinkwinkel, also der Bereich, den wir sehen können, ohne dass sich die Augen bewegen müssen, ist beschränkt. Das heißt, ich habe auf diese Weise einen optimalen Abstand zu meinem Fernseher, wo ich, ohne den Kopf zu drehen, ohne mit den Augen mich zu bewegen, auf einen Blick das gesamte Bild erfasse. Wenn man sich jetzt dazu mal die Zahlen anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass man in den meisten Wohnzimmern weder das eine noch das andere so richtig hinkriegt. Ich werfe das hier mal so als Tabelle in den Hintergrund, lese aber auch ein paar Sachen vor, weil das tabellenmäßig immer schlecht zu lesen ist. Wenn ich also einen kleinen, muss man ja heutzutage fast schon sagen, 32-Zoll-Fernseher mit Full-HD-Hauflösung habe, dann ist der maximale Aufstand, der minimale Abstand, den ich halten muss, damit ich nicht die Pixel sehe, 1,20 Meter. Das kriege ich im Wohnzimmer bequem hin. Der optimale Abstand, wo ich also mit einem Blick den Fernseher erfasse, wären schon 2 Meter. Bei einem 40-Zoll-Fernseher wäre dieser optimale Abstand dann eben schlagartig 3 Meter. Beim minimalen Abstand, den ich zum Fernseher halten kann, bevor ich Pixel sehe, kommt es jetzt auf die Auflösung an. Bei einem Full-HD-Fernseher sind das 1,60 Meter. Bei einem Ultra-HD-Fernseher, also mit dieser neuen, 2.100, ein paar zerdrückte Punkte Auflösung, da wären es 75 Zentimeter. Das ist natürlich unrealistisch. Kein Mensch setzt sich 75 Zentimeter dicht vor seinen Fernseher. Aber das wäre die Grenze, wo ich dann tatsächlich die Pixel sehen könnte. Man merkt also, dieses Thema Pixel sehen ist gar nicht so entscheidend. Entscheidender ist wirklich die Frage, wie viel Augenbewegung, wie viel Kopfbewegung will ich mir zumuten, um das ganze Bild zu erfassen. Nochmal ein paar Zahlen, bevor wir in die Details gehen. 47 Zoll ist ja auch eine weitverbreitete Größe. Üblicherweise im Moment vor allen Dingen bei Full-HD, da bin ich halt bei 2,90 Meter im Abstand, um das optimal zu erfassen. 50 Zoll wäre ich bei 3,20 Meter. Welches Wohnzimmer hat 3,20 Meter Abstand? 55 Zoll, 4,20 Meter Abstand wäre optimal. Und wenn ich noch größer gehe, 65 Zoll, 5 Meter Abstand müsste ich eigentlich haben, damit ich mit einem Blick den Fernseher erfasse, ohne dass sich meine Augen bewegen müssen. Das ist zwar jetzt der anatomisch optimale Abstand, nichtsdestotrotz wollen wir ja, wenn wir zu Hause uns eine große Glotze hinstellen, sowas wie Kino-Feeling haben. Das heißt, man geht normalerweise etwas unter diesen Abstand und versucht auf jeden Fall unterhalb des Abstands zu bleiben, mit dem ich quasi die Pixel wieder sehen kann. Und da kommt dann tatsächlich gerade bei den großen Diagonalen die Auflösung wieder mit rein. Wenn ich also einen 55 Zoll Fernseher habe, der Full-HD-Auflösung hat, dann muss ich mindestens 2,10 Meter davon weg sitzen, damit ich nicht die Pixel erkennen kann. Man merkt schon, da komme ich dann schon in Bereiche, wo es unerfreulich wird, wo ich möglicherweise dann doch Pixel sehen könnte. Bei einem Ultra-HD-Fernseher wäre dieser Abstand 1 Meter. Ja, unrealistisch. Ein Meter vorm Fernseher sitzt normalerweise keiner. Das ist ja, naja, ganz ein Meter kann ich jetzt nicht mit meiner Hand, aber das ist schon ziemlich dicht. Man merkt also, an dieser Stelle hilft einem die höhere Auflösung. Und deshalb gilt auch so die Faustregel, wenn ich mir einen Ultra-HD-Fernseher kaufen will und ich nicht mindestens über 55 Zoll oder 50 Zoll, wenn wir mal ganz großzügig, und mehr nachdenke, kann ich es lassen. Dann kann ich Geld sparen, kann ich mir gleich einen Full-HD-Fernseher kaufen. Und gut ist, weil bei kleineren Diagonalen spielt die größere Pixelzahl, die ich da habe, eigentlich bei üblichen Fernsehabständen keine Rolle. Bei Monitoren, wo ich sehr viel dichter dran sitze, ist das ein ganz anderes Thema. Aber wir reden ja jetzt hier von Fernsehern. Okay, noch mal einen Schritt zurück. 4K, brauche ich eigentlich 4K? Und die Antwort darauf lautet, nein. Denn das große Problem bei 4K ist im Moment natürlich auch, welche Inhalte habe ich eigentlich? Was, wo kann ich eigentlich im Moment 4K herkriegen? Klar, es gibt einige Videodienste, die tatsächlich mich dazu in die Lage versetzen, 4K zu sehen. Hier bei YouTube zum Beispiel kann man auch 4K sich angucken. Die Technik-Ranchier zum Beispiel könnten Sie sich in 4K angucken. Allerdings ist das, was YouTube verwendet, ein 4K-Format mit dem Codec H.264. Das ist ein etwas älterer Codec. Das, was diese 4K-Fernseher verwenden, ist H.265. Der ist etwas effektiver. Spielt jetzt beim Thema 4K-Fernseher keine so entscheidende Rolle. Kriegen wir aber gleich nochmal, wenn wir auf die andere Seite gucken, nämlich nochmal auf die Empfangstechnik. Gut, wo gibt es 4K-Inhalte? Natürlich klar, es gibt die Ultra HD Blu-ray. Das ist also die 4K Blu-ray sozusagen. Dafür gibt es im Moment nur relativ wenig Zuspieler. Also diese Geräte, wo ich die Blu-ray abspielen kann. Es gibt noch nicht so furchtbar viele Inhalte und der ganze Spaß ist relativ teuer. Aber ich sage mal voraus, das wird sich zügig nach unten entwickeln. Das war ja bei den Blu-rays damals auch so. Das war dann irgendwann auch ganz normal, dass man sich einen Blu-ray-Player kaufte und keinen DVD-Player mehr. Dann gibt es Video-on-Demand-Dienste, wo ich eben auch 4K-Inhalte bekomme. Amazon, Netflix und Viamo oder Videoland sind so typische Beispiele, wo ich 4K-Inhalte herkriege. Es gibt einige wenige 4K-Testkanäle, insbesondere in dem Satellitenbereich. Das sind aber zum Teil Werbekanäle, wie beispielsweise der Sender Pearl TV. Und dann gibt es einige wenige Testkanäle. Fashion One ist so etwas. Den gibt es dann tatsächlich auch in 4K. Aber dann hört es schlagartig auf. Interessanter wird es für die Sportinteressierten. Sky hat ja versprochen, tatsächlich Fußball auch in 4K zu liefern. Und da hat man dann als Sportbegeisterter, wenn man dieses zusätzliche Sky-Abo und den zusätzlichen Sky-Empfänger sich kauft. Man braucht nämlich für die 4K-Inhalte einen speziellen Decoder von Sky. Den muss man dann auch noch mit dazu mieten. Dann hat man tatsächlich als Sportbegeisterter die Möglichkeit, auch Sport in 4K zu sehen. Ja, was hatten wir jetzt? Wir hatten das Thema Farbräume. Wir hatten das Thema Dynamik. Wir hatten das Thema Auflösung. Ein Thema kommt man beim Fernsehkauf gar nicht drum rum. Das ist die Logo-Orgie. Das heißt, was begegnet einem da so an Logos? Was ist eigentlich wichtig? Was ist nicht so wichtig? Im Zusammenhang mit 4K ist natürlich als erstes mal das Ultra-HD-Logo. Da an der Seite ist es zu sehen. Das ist so quasi die Basis für einen Fernseher, der tatsächlich 4K auf aktuellem Niveau kann. Entscheidend ist dabei, dass er die 4K-Auflösung mit 8-Bit-Farbtiefe in mindestens 16 zu 9 hinkriegt. Okay, das ist jetzt noch Standard. Es muss den einfachen Farbraum, also RAF 709, abdecken. Daneben muss es einen HDMI-Port nach HDMI 2.0 mindestens abhaben. Und es muss HDCP, also diesen komischen Kopierschutz, der da immer noch mit drauf ist, in der Version 2.2 unterstützen. Das war es dann im Prinzip für diese Basis. Aber das ist jetzt noch nicht das Ultra-HD mit dem neuen HDR. Das wäre nämlich Ultra-HD-Premium. Erst da habe ich die höhere Dynamik. Da muss der Fernseher nämlich tatsächlich mindestens 10-Bit-Farbtiefe liefern. Und er muss 90% des DCI-P3-Farbraums abdecken. Das heißt, 90% von den 45% der Farben, die wir sehen können, muss dieser Fernseher darstellen können. Und dann darf er dieses Logo tragen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Logos. OLED-HDR beispielsweise ist etwas, was LG verwendet. Das ist dann im Prinzip auch Ultra-HD-Premium. Aber eben zusätzlich in einer Version, die auch noch die Codierung Dolby Vision unterstützt. Das heißt, den etwas erweiterten Farbraum. 4K-HDR, das Logo verwendet Sony. Sony ist ein Gerät, das im Prinzip HDR unterstützt, aber nicht unbedingt die geforderte Leuchtdichte. Das heißt, möglicherweise habe ich da dann tatsächlich Abstriche, die ich in Kauf nehmen muss. Bei Samsung gibt es SUHD TV. Das sind Geräte mit einem erweiterten Farbraum. Und die haben üblicherweise auch das Ultra-HD-Logo, nicht immer das Premium-HD-Logo. Da muss man noch mal extra darauf achten. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, wir kommen auch noch in den Bereich Empfangswege. Es soll ja noch Menschen geben, die empfangen ihren Fernseher oder ihr Fernsehsignal tatsächlich über Antenne. Das ging bisher über DVB-T. Demnächst wird das umgeschaltet auf DVB-T2-HD. Dieser lange Begriff ist ausgesprochen wichtig, weil es gibt auch alte DVB-T2-Empfänger, die fürs Ausland bestimmt sind. Die verwenden einen anderen Codec als wir hier in Deutschland. Wir hier in Deutschland verwenden, wenn das erstmal flächendeckend eingeführt wurde, H.265, also einen sehr effektiven Codec. Die anderen Geräte verwenden H.264. Das heißt, mit so einem H.264-Gerät wird man in einem DVB-T2-HD-Empfangsbereich leider nur einen schwarzen Bildschirm haben und sonst nichts. Also, wenn ich über DVB-T, also über Antenne, darüber nachdenke, mir einen neuen Fernseher zu kaufen in einem solchen Empfangsbereich, dann sollte der dieses DVB-T2-HD, mein Gott, all diese Logo-Begriffe, sollte er haben, dieses da. Das heißt, dass ich dann tatsächlich die öffentlich-rechtlichen und frei empfangbaren Programme in Full-HD, also 1920 mal 1080 Bildpunkten, empfangen kann. Mehr nicht. 4K über terrestrische Empfangsanlagen, also über klassische Antenne, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Das würde die Bandbreite einfach extrem zu pflastern. Wenn ich zusätzlich auch noch die Bezahlfernsehsender, beziehungsweise die privaten Sender, das habe ich schon mit verraten, auf DVB-T2-HD empfangen möchte, brauche ich ein Gerät, das dieses Freenet-Logo noch zusätzlich trägt. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, in dieses Gerät, beziehungsweise in den entsprechenden Empfänger, eine Karte einzusetzen, für die ich natürlich extra bezahlen muss. Und dann habe ich auch die Privatsender in entsprechend hoher Auflösung. Ja, das war die Technik-Range-Spezial, in Anführungsstrichen, später Rückblick auf die IFA. Ich hoffe, ich habe Sie nicht total verwirrt und habe Ihnen ein paar Tipps gegeben, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihren nächsten Fernseher kaufen. Ja, das war es mit dieser Technik-Range. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei, haben ein bisschen was gelernt rund um das Thema Fernseher, um diese vielen neuen Logos, die Ihnen da begegnen werden. Generell kann ich aber noch mal so als Abschluss sagen, seien Sie entspannt. Je länger man wartet, desto günstiger werden die Geräte mit den entsprechenden Eigenschaften, die man dann tatsächlich haben will oder auch nicht. Und noch so ein kleiner Zusatztipp, wenn Sie sich eine große Glotze kaufen, denken Sie auch dran, die meiste Zeit ist die ausgeschaltet. Da haben Sie ein großes, schwarzes Loch im Wohnzimmer. Man sollte es also auch nicht übertreiben mit der Bildschirmdiagonale, auch wenn das natürlich schon cool ist, wenn da so eine Riesenglotze, naja, Riesenglotze im Wohnzimmer hängt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen. Ja, haltet! Ja, haltet! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020